Wir sind hier auf der Testa Grisa, 3060 Meter im Unterwallis, vor dem Movela. Im Hintergrund der Moemla, rechts Graschuras. Die weisse Kuppe des Moemlas, 1786, eins der wichtigsten Datums in der Geschichte vom Alpinismus. 1760 hatte Edissus für die Idee, 26 Jahre später die Erzbesteigung, 1786, Jacques-Palma-Pacar. Das gilt als die Geburtsstunde vom Bergstein. Besten Dank und allen gute Touren.